Also, so wie alles angefangen hat, endet auch alles. Ich melde mich jetzt gerade wieder von dem Flughafen in Abu Dhabi, dem schönen, mosaikenden, gekachelten, gefließten Flughafen. Also ich möchte kein Fliegenfutter sein und die Fliegenfutter müssen. Ja, also vor genau 12 Tagen war ich hier gewesen, am 25.10. und habe bis zum ersten Mal hier bei euch gemeldet, live, mehr oder weniger, vom Flughafen hier. Und ja, und hier ist eigentlich auch mein letzter Bericht, weil dann bin ich jetzt nächstes Mal wieder, wenn ich mich melden würde, könnte, sollen, tun, bin ich ja schon in Deutschland. Ja, werde ich eh machen, weil von alleine kommen die ganzen Videos ja nicht zu euch, die werde ich dann schon wieder vom PC aus zu Hause direkt dann zu euch schicken. Und ja, fünf Stunden trennen mich jetzt mal von der Heimat und dann muss ich mal gucken, ich habe ja keine Ahnung, ob wir zwischen die Züge wieder fahren oder sowas, ob ich auch vom Frankenstein Flughafen nach Lohr komme, dann sind wir noch ein paar Stunden, die mich dann irgendwie, ja, endlich eine Couch, Bett, was auch immer, keine dröhnen, Klimaanlagen, die die ganze Zeit laufen und so weiter, von all dem Nicht-Luftflug, nennen wir es mal so, der aber dann doch schon irgendwo wieder rumlusten zu stellen, wenn es zu mehr, wenn es sein eigenes Netz ist, trennen. Ja, also, das war's und war ein, ging schlecht an, hört gut auf, ja, war ein Urlaub mit allen Höhen und Tiefen, also in Summe bis dahin trotzdem war es sehr schön. Also, ich wünsche euch ganzen dann noch einen wunderschönen Tag und ja, ich weltliche Tage bei euch. Bis dann, ciao!